Heute zeigen wir euch, wie ihr ein professionelles Voice-Over für YouTube aufnehmt. Die meisten Leute denken, dass sie ein teures Mikrofon und eine teure Software brauchen, um einen professionellen Ton aufzunehmen. Aber das stimmt gar nicht. In diesem Video zeigen wir euch in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert und wir verraten euch einige Geheimnisse für die Aufnahme einer professionellen Sprachaufnahme. Das Ergebnis wird so gut sein, dass ihr nicht einmal umfangreiche Bearbeitung braucht. Starten wir, was es braucht für eine super Sprachaufnahme. Viele YouTuber denken, dass sie ohne ein Mikrofon keinen guten Ton aufnehmen können. Aber das ist falsch. Ihr könnt sogar mit dem eingebauten Mikrofon eures Smartphones qualitativ hochwertigen Ton aufnehmen. Wir haben unseren Kanal genauso gestartet, ohne teures Equipment, einzig und allein mit unserem Smartphone und der Sprachaufnahme. Ich kann also ohne weiteres sagen, dass euer Telefon allein für ein gutes Voice-Over ausreicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch ein teures Mikrofon benutzen. Das muss aber nicht teuer sein. Wir haben unten ein günstiges Mikrofon verlinkt, welches ihr zum Beispiel benutzen könnt für einen super Ton. Was dieses Mikrofon aber nicht kann, ist die Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Dafür müsst ihr etwas anderes tun und darüber sprechen wir jetzt. Für ein gutes Voice-Over benötigt ihr nämlich einen Ort ohne Rauschen oder Echo. Obwohl Rauschen durch Bearbeitung entfernt werden kann, verlasse ich mich für diesen Zweck lieber nicht auf die Bearbeitung. Vor der Aufnahme schließe ich zum Beispiel die Türen, die Fenster und andere laute Geräte, um den Lärm zu minimieren in der Umgebung. Wenn immer noch Lärm vorhanden ist, versuchen wir sehr spät in der Nacht oder am frühen Morgen unser Voice-Over aufzunehmen, wenn die Umgebung noch ruhig ist. Damit stellen wir schon einmal sicher, dass der Lärm weg ist. Nun kümmern wir uns um das Echo, also das Schallen unserer Stimme in den Raum. Wir wollen schließlich nicht, dass die Stimme nachhalt. Je mehr Objekte im Raum sind, desto weniger Echo gibt es. Und je leerer der Raum ist, desto mehr Echo. Wir empfehlen daher einen Raum mit Vorhängen, Schränken, Bildern und so weiter zu nehmen. Wenn ihr bereits einen Raum wie diesen habt, umso besser. Hier noch ein Profitipp zur Reduzierung des Echos. Nehmt euer Voice-Over in einem kleinen Raum auf. Ihr werdet feststellen, das Echo nimmt ab und die Klarheit wird besser. Nachdem sie all das getan haben, sind sie nun bereit, das Voice-Over endlich aufzunehmen. Versucht also beim Aufnehmen zu stehen, anstatt zu sitzen. Im Stehen habt ihr nämlich eine bessere Kontrolle über eure Stimme und verbessert die Qualität des Voice-Overs. Schreibt euch am besten ein Skript vor, damit ihr nicht stammelt oder ständig ähm sagt. Haltet also das Skript vor euch und platziert es so, dass ihr es gut lesen könnt. Als nächstes, wenn ihr das Mikrofon eures Telefons verwendet, haltet das Mikrofon des Telefons nah an euer Gesicht bzw. Mund. Versucht hier verschiedene Abstände, um zu sehen, was sich am besten anhört. Viele fragen jetzt, wie hoch die Lautstärke bei der Aufnahme eines Voice-Overs sein sollte. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Stimme energiearm klingt, wenn sie mit derselben Lautstärke aufgenommen wird. Also so, wie ihr im Alltag auch sprecht. Also, wenn ihr möchtet, dass euer Voice-Over eine normale Energie hat, haltet die Lautstärke während der Aufnahme etwas höher als normal und es wird gut funktionieren. So wie Lehrer ihre Lautstärke beim Lesen im Unterricht leicht erhöhen, eure Stimme auch etwas höher. Wenn ihr nun mit der Aufnahme beginnt, denkt daran, nicht das gesamte Skript auf einmal aufzunehmen, sondern es in Teile aufzuteilen und zwischendurch Pausen einzulegen. Wenn ich beispielsweise neun verschiedene Berufe oder Tipps und Tricks im Skript erkläre, kann ich nach der Aufnahme jedes Tipps eine Pause von ein paar Minuten einlegen und während dieser Pause auch etwas Wasser trinken. Das ist besonders wichtig, wenn das Skript lang ist, um ihre Stimme zu schonen und Stimmüberlastung vorzubeugen. Und so erhalten sie eine kristallklare Tonqualität. Ihr stellt euch jetzt sicher die Frage, ob wir das alles durch ein professionelles Voice-Over erreichen. Die Antwort lautet ja, aber nur zu 50%. Wenn ihr alles befolgt, was ich euch bisher erklärt habe, dann wird die Autoqualität für das Voice-Over hervorragend sein. Das heißt, es gibt keine Probleme mit Rauschen, Echo oder Inkonsistenzen. Aber wird eure Stimme durch diese Verbesserung auch besser klingen? Nicht ganz. Für die verbleibenden 50% müsst ihr eure Sprechweise verbessern, das heißt euren Sprechstil. Und das ist entscheidend, denn ohne die werden selbst mit dem besten Mikrofon und fortschrittlicher Bearbeitung nicht viel erreichbar sein. Nach einigen Videos, die wir produziert haben, haben wir uns ein paar ältere Videos von uns erneut angesehen und angehört. Wir haben bemerkt, dass einiges deutlich schlechter war in unseren ersten Videos als letzt. Mit der Verbesserung der folgenden 4 Punkte haben sich unsere Voice-Overs direkt professioneller angehört und die kommen jetzt. Nummer 1 ist die Aussprache. Die Aussprache ist eine grundlegende Sache, aber wenn sie nicht richtig ist, werden die Leute sie nicht verstehen und selbst wenn sie es tun, werden die Leute unseren Inhalt nicht wertzuschätzen wissen. Wenn unsere Aussprache also professionell klingen soll, müssen wir jedes Wort klar und fehlerfrei aussprechen. Nummer 2 ist die Geschwindigkeit des Sprechens. Das falsche Tempo kann das Erlebnis des Zuschauers ruinieren. Wenn sie also zu schnell sprechen, haben die Leute möglicherweise Probleme, uns zu verstehen und wenn wir zu langsam sprechen, können sie sich langweilen. Für ein gutes Geschichtenerzählen ist es also wichtig, ein moderates Tempo einzuhalten. Das kann natürlich auch davon abhängen, was in unserem bestimmten Moment im Video passiert. Wir werden also unser Tempo entsprechend anpassen. Nummer 3 ist die Betonung einzelner Wörter. Wenn wir Sätze aus dem Skript vorlesen, können wir nicht alle Wörter auf die gleiche Weise aussprechen. Manche Wörter müssen stärker betont werden, damit sie hervorgehoben werden und die Botschaft des gesamten Satzes optimal beim Zuschauer ankommt. Nehmen wir zum Beispiel einen Satz. Wenn ich jedes Wort auf die gleiche Weise lesen würde, würde es schlecht klingen. Wir zeigen euch heute 9 Quereinsteigerjobs, mit denen ihr 38 Euro die Stunde verdienen könnt. Wenn wir denselben Satz jetzt aber anders betonen, klingt das so. Wir zeigen euch heute 9 Quereinsteigerjobs, mit denen ihr bis zu 38 Euro die Stunde verdienen könnt. Also, ich denke, das zweite Beispiel war jetzt, um einiges besser zu verstehen und angenehmer, weil es nicht so monoton war. Kommen wir nun zum Punkt 4. Eintöniges Erzählen. Seien Sie absolut nicht eintönig. Wenn Ihre Stimme langweilig klingt, sprechen Sie wahrscheinlich monoton. Tatsächlich sehe ich, wenn ich mir Videos von neuen YouTube-Creatern angucke, dass viele von denen den gleichen Fehler machen. Mit einer monotonen Stimme bleiben Tonhöhe, Tonfall, Lautstärke und Pausen immer das Gleiche. Immer auf dem gleichen Niveau. Dies gilt es absolut zu vermeiden und Sie werden eine großartige Stimme haben. Damit sind wir für heute am Ende. Und das, was wir besprochen haben, war doch wirklich nicht schwer oder außergewöhnlich, oder? Wenn es euch aber schwerfällt, jeden einzelnen Punkt zu verbessern, empfehle ich euch, ein paar Videos von euren Lieblings-Creatern anzugucken und euch damit zu verbessern. Ihr werdet da viel lernen. So, nachdem ihr nun euer Bestes gegeben habt für das perfekte Voice-Over, könnt ihr auch noch mit etwas Tonbearbeitung nachhelfen. Wir zeigen euch heute ein Programm, zum Beispiel PowerDirector, bei dem ihr nicht nur Videos bearbeiten könnt und erstellen könnt, sondern auch euer Voice-Over bearbeiten könnt. Ihr könnt es entrauschen, optimieren und so weiter. Unten haben wir einen Link, wie ihr diese runterladen könnt, beziehungsweise euch die besorgen könnt online. Und wenn ihr Schritt für Schritt noch eine Anleitung haben wollt und lernen möchtet, wie man Videos detaille bearbeitet, erstellt und so weiter, dann klickt gerne auf unsere Playlist und schaut euch unsere anderen Videos an. Hier zum Beispiel ist das Video 300 Euro mit YouTube-Videos verdienen. Hier erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr ein ganzes Video erstellt, von der Erstellung des Skriptes, hin zum Voice-Over, Video-Erstellung und Thumbnail-Design. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.